Hallo und herzlich Willkommen meine Boys! Zwei weitere Runde to kick... What? Alle klar, dann springen wir erstmal in die Luft. Alter, irgendwie sind die Farben hier total anders. Also Leute, ich... Hab die Lobby nicht erstellt. Dann geht's mal los jetzt hier. Mal gucken, was wir mit Bailey reisen können. Letzte Woche war ja nicht so berauschend, weil... Ja, da wurde ich sehr niedergespürst. Ihr habt's nicht gesehen, ich hab's nicht hochgeladen, weil... Ja, darum, ne? Und so. Alles klar. Tja, wir haben erst dann... Da hast du geguckt, ne? Heute darf ich den Naomi? Ich weiß nicht, ob das an Naomi liegt wegen dem Licht oder so, dass da zu dunkel ist, aber irgendwie... Alter, ich war noch in den Seilen, du... Das kann ja was werden jetzt hier. Ja, nehmt da nicht an! Mann! Komm da doch mal! Ja, treten kannst du nicht gerne, das ist so... Ja... Tja, jetzt... Jetzt geht's einmal da draußen! Tschüss! Däumchen... Däumchen... Ist da ein Däumchen... Ja, kommt rein und gleich übernehmen! Ach komm! Ist okay! Machen wir sie! Ja... Das ist keine Probleme, gut! Ach ja... Oh, dann hätte ich zwei nach Wendern kommen! Loll! Die hat schon... Siggy gewundert! Machen wir sie nicht! Oh... Jetzt stimme auf da! So Leute ich bin so ein bisschen stirre, weil ich mich echt so ein bisschen konzentriere. Auf dem Böden hat sie eh keinen Film. Aber dieses dunkle Licht, das ist irgendwie... 2K, Alter, sprichst du einmal daneben? 2K, du bist echt geil. Will der mich jetzt auszählen lassen? Will der mich jetzt auszählen lassen? Ey ich will reingehen und was macht er? Regelverstoß! Danke! Loll! Was macht er? Er geht einen Schritt zurück! Regelverstoß, Alter! Jetzt geht es aber wirklich los langsam hier. Leute! Leute! Wir kriegen keine Konterbalken mehr abgezogen oder was? Leute, Alter! Wir kriegen keine Konterbalken mehr abgezogen. Wir kontern! Ah, jetzt geht's okay! Na, jetzt geht er mir komplett abgezogen. Äh, aber die ganze Zeit irgendwie nicht! Das ist ja lustig! Ich bin echt weg! Ne, komm! Pinn mich! Komm! Schade! Ich hab ja gedacht, der macht mal so einen kleinen Fehler und pinnt mich noch am ersten wie die Kinnung. Alter, ich war gerade am aufstehen. Der will mich doch verarschen, der Typ. Wer hat den denn hochgelassen, Alter? Den müsste man echt verbrennen. Ja, dann gibt es halt jetzt die Finne, ne? Dann hat er jetzt halt die Finne. So zwei Kleinigkeiten, sag ich mal, ne? Also das in den Ring reinkommen lassen, das war irgendwie sehr, sehr krass. Ich frage, ich finde sofort die Frage, was ist, wenn ich jetzt runtergefallen werde? Also könnte er weiter gezielt. Also... Oh, jetzt hat er den Kontroll-Aussein genug oder was? Oh, das ist ein Träumchen, Leute! Oh, das hat gekonnt. Jetzt aber! Oh, naja komm, benutzt er uns ja wiederum. LOL, er kam bei eins raus. Alles klar! Ungelogen an den Stats wurde beschimpft gearbeitet. Hundertprozentig. Oder, dann mache ich Glück. Das kann natürlich auch sein. Aber, ich wusste, ich bin auch glücklich. Ich spiele hier voll auf Sieg. Ha, 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 ha! Hahaha, ha, 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 ha! So, Baby, tu vas doch mal nach Ende Mai. Aweeeell Aweeeell Geh kükörgat, aljusla Nein Ja zack so und jetzt kommen wir mal raus das ist interessant holy moly da habe ich aber noch mal im letzten moment echt reagiert ja jungs wir dominieren irgendwie und Mädels da draußen wir dominieren irgendwie das Match lol ja und kein Konter wird abgezogen oder was ja er tritt oft nicht ein das ist mir geil that is legal 10% habe er nicht gebracht nooo 1 3 2 3 1 2 Oh nein! Ich habe den Kontakt. Habe! Ich lege mir die Warnung wieder. Bats. Na los, komm rein! Was taunt denn der da draußen jetzt erstmal? Ist der denn... Alles klar! Oh, das war ein schöner Move! Guck mal, was wir hier haben lassen! Warte, die können alles, warte! Boing! Das ist ja, warte! Warte, die blie! One, two, yes! Yes! Woohoo! Listen! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Bye. Bye.